Wir sind auf der Zwiedemo, es ist abgesagt, der Rave. Wir finden es Orgmeier und wir wollen uns aber trotzdem fragen, was regt euch so auf? Wir waren gerade im 100-Wasser-Museum und da ging es darum, dass die Menschen die Natur so übernehmen. Und das war sehr bedrückend auf Dauer, weil das stimmt halt einfach. Also da waren so Sprüche mit irgendwie straight lines, a godless. Und das stimmt halt total, weil die ganze Natur ist alles andere als gerade. Dass es leider lange schon keine wirkliche Gemeinschaft mehr gibt. Sie sagen zwar, es passiert viel, aber im Endeffekt passiert irgendwie gar nichts, kommt mir halt vor. Dass viel zu viel gestritten wird generell, dass einfach keine Verbundenheit ist. Es gab es eigentlich noch nie so, dass ich jetzt sage, bam, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich richtig wohl. Ich würde sagen, Rassismus, weil ich, wie für mich, habe ich bereits von einem Polizei-Officer getroffen. Weil sie mein Profil wollten, meine Identitätskarte zu sehen. Nicht Gleichberechtigung, also für Gleichberechtigung würde ich halt schon demonstrieren. Dass wir Frauen noch immer zu wenig bezahlt werden. Wenn man es nötig hat, dass man sich irgendwie über andere lustig macht. Oder irgendwie versucht, sich selber besser darzustellen, indem man andere Leute runter macht. Infrastruktur ist teilweise ausbaufähig. In Österreich ist es eh schon gut. Den Techno-Rave hätten wir, glaube ich, schon noch mitgenommen. Ja. Ja.